Yo, hier ist Basti von der Steckkasten-Crew. Ein neues Set kommt dazu. Ich mache jetzt ein Review. Ja, herzlich willkommen im Jahr 1989. Ich zeige euch heute das Set 6260. Das war tatsächlich das allererste Piraten-Set, was ich bekommen habe. Ich weiß nicht mehr genau von wem, von meinen Eltern oder von meinem Onkel. Auf alle Fälle habe ich es 1989 bekommen. Und ich dachte mir, ich mache eine schöne kleine Review dazu. Und da das Set ziemlich klein ist, bauen wir das erstmal zusammen auf. Und ich lasse euch, während ich das Set aufbaue, so ein bisschen an meinen Gedanken teilhaben, an meinen Erinnerungen teilhaben. Und wir schauen mal, was passiert. Okay? Ja. Erstmal der Karton. Sehr simpel. Es ist ein gelber Karton mit dem großartigen Lego-Landschriftzug. Auf der Rückseite ein Design mit einer Schatzkarte, die an großartige Piraten-Abenteuer erinnert. Mit B-Modellen und C-Modellen und einem D-Modell. Also ziemlich viele Alternativmodellen. Ich habe zu diesem Set übrigens auch einen Blogbeitrag schon geschrieben. Den werde ich unten auch mal verlinken. Auf unserem großartigen Retro-Lego-Blog steckkastencrew.de. Und da könnt ihr noch mal gucken. Da sind wirklich viele schöne Bilder dabei. Und ich habe sogar ein Alternativmodell gebaut, das nicht auf dieser Box ist. Könnt ihr euch angucken. So, dann lasst mal anfangen. Wir ziehen es mal raus. Hier die berühmte Gefriertüte, die ich super gerne verwende. Ich verwende allerdings ziemlich gerne, das ist sogar von Ikea. Oh, Schlechtwerbung. Wir haben es irgendwie rausschneiden. Ich verwende zum Beispiel sehr, sehr gerne solche Tüten, die oben einen Zipper haben. Upside down, boy, you turn me. Ich verwende sehr, sehr gerne Tüten, die oben so einen blauen Zipper haben, weil sich das natürlich einfach viel besser verschließen lässt. Und ihr seht auch schon, es sind wirklich nicht viele Teile. Es wird jetzt sehr, sehr überschaubar. Aber interessanterweise halt sehr, sehr viele neue Teile. Also neue Teile, die 89 dazugekommen sind. Hier ist übrigens die Anleitung. So gefaltet. Wieder flach wie eine Flunder. Ein paar Bauschritte später, also insgesamt acht Bauschritte später, hat man dann diese wunderschöne kleine Insel vor sich. Und als ich diese kleine Insel damals geschenkt bekommen habe, ich war ja so dieses 80er Jahre Lego gewöhnt, was so sehr bricky war und sehr einfache Gesichter. Ich dachte mir, was ist da los? Was ist das für ein cooler Stuff? Die Gesichter waren plötzlich anders. Es waren nicht mehr diese 0815 Gesichter, sondern es waren plötzlich diese Gesichter von Piraten mit drei Tage Stachelbart. Nicht Stachelbeere, sondern Stachelbart. Und es waren plötzlich irgendwie so freshere Designs. Es waren ganz neue Formen, wie zum Beispiel die Palme der Affe. Den Affen fand ich so großartig. Ich zeige euch das gleich mal. Ich baue das mal schnell zusammen. Die Palme, wie gesagt, der Affe, diese Fahne, großartige Fahne und natürlich auch der großartige Papagei, die Kanone, war auch ein neues Teil, was sehr, 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 sehr cool war. Was mich sehr, sehr krass geflasht hat. Ich zeige euch jetzt mal hier diese Figürchen. Bei dem Affen, ganz lustig, das sind braune Arme. Oben und unten braune Arme. Unten, die sind umgedreht. Aber ansonsten, man könnte diese Arme auch an jeden ex-beliebigen anderen Torso anmachen. Und hier natürlich der großartige Papagei. Und hier die Gesichter, von denen ich vorhin gesprochen habe. Ich war übrigens vor ein paar Tagen mit Andi zusammen in dem großartigen Themen-Piraten-Stream von Ben Briggs. Das Video werde ich unten auch mal verlinken. Da haben wir nämlich über die komplette Historie der Lego-Piraten uns unterhalten. Übrigens, lustigerweise, ich weiß nicht, ob euch das auch manchmal so geht, ich kriege diese Platten manchmal sehr schwer ab, auch mit einem Brick-Separator. Und dann lasse ich die dann manchmal drauf. Weil ich will nicht, dass dann irgendwas kaputt geht. Ich habe das noch nebenbei. Was habe ich gerade erzählt? Ich war mit Andi zusammen bei Ben Briggs. Und wir haben uns mit Dom vom Steineboden, mit Blockstar und mit Daniel von Mr. Blister, mit Daniel, Made in Billund, zwei Stunden lang über Piraten unterhalten. Über die komplette Geschichte. Und sind die von vorne bis hinten durchgegangen. Es kann tatsächlich sein, dass wir ein oder zwei Sachen vergessen haben. Weil die Piraten-Geschichte, die Piraten-Historie bei Lego natürlich auch sehr vielschichtig ist. Ich persönlich bin halt tatsächlich ein sehr, sehr großer Fan von dieser ersten Welle. Und dazu gehört eben auch dieses Set. Und von der zweiten Welle. Und irgendwann habe ich dann so ein bisschen den Faden verloren. Und ich finde tatsächlich die frühen Sets am coolsten. Ich habe jetzt tatsächlich nicht alle, aber ich habe ein paar. Und ich gucke auch von Zeit zu Zeit, dass ich mal so ein schönes Set noch an Land ziehe. Einige habe ich auch schon. Und dann gucke ich nach der Box. Aber Freunde, Piraten, Lego-Piraten, die frühen Sets, Kartons zu bekommen, unglaublich. Es ist sehr, sehr schwer. Oder du hast Lust dazu, sehr, sehr viel Geld auszugeben. Und man sollte ja auch immer ein bisschen realistisch bleiben. Also warum soll ich für einen Karton jetzt irgendwie 50, 100, 150 Euro ausgeben? Das sehe ich dann auch nicht ein. Im Endeffekt habe ich ja auch Spaß dran, wenn ich dieses Set einfach so baue. Und ein Karton ist natürlich auch immer ganz schön. Sieht dekorativ aus im Regal. Weil es ist auch schön, seltene und alte Kartons bei Instagram zu zeigen. An dieser Stelle übrigens mal so ein ganz kleiner Werbeschlag. Ihr könnt auch gerne mal unseren Instagram-Account angucken. Da findet ihr auch eine ganze Menge cooler Dinge. Und könnt natürlich auch gerne unserem Instagram-Account folgen. Ihr könnt natürlich auch sehr, sehr gerne unserem YouTube-Kanal folgen. Also lasst sehr, sehr gerne hier ein Abo da. Drückt die Glocke, weil dann werdet ihr auch in Zukunft von sehr, sehr freshen Retro-Lego-Reviews und auf Retro-Aufbau-Videos, jetzt habe ich es, geflasht sein. Denn es kommt immer mehr. Also das Regal ist voll. Es gibt noch sehr, sehr viel zu tun. Ich muss noch einige Reviews machen in meinem Leben. Und ihr habt die Chance, dabei zu sein, liebe Freunde. Sieht das nicht cool aus? Ein paar Bauschritte und schon ist so die grobe Struktur von dieser Insel fertig. Und guckt euch mal diese schöne Grundplatte an. Ich habe übrigens in dem Stream, in diesem tollen Piraten-Stream, von dem ich vorhin gesprochen habe, erfahren, das hat mir Dom von Steineboden erzählt, dass diese Platte hier, die unten grau ist, die frühe Version war. Denn diese Platte wurde später dann komplett blau hergestellt. Also anders formuliert, es war eine blaue Platte, auf die dann oben die Insel drauf gedruckt wurde. Hier war es noch eine graue Platte und tatsächlich eine Light Grey Platte, also das alte Hellgrau, die dann oben bedruckt wurde. Also wenn ihr ein Set habt, in dem diese Platte enthalten ist, die unten blau ist, nicht wegwerfen. Wenn Lego draufsteht, dann ist auch Lego drin. Und hier guckt mal diese schöne Fahne. Kann man die sehen? Großartig. Wenn ihr dieses Set gebraucht kauft, unbedingt darauf achten, dass diese Fahne dabei ist und auch möglichst mit allen Clips. Denn diese Fahnen werden zunehmend teurer. Das kann ich euch jetzt schon garantieren, wenn sie nicht schon teuer sind. Und die gehen halt auch immer mal kaputt. Die Clipse gehen ab. So, Leute werfen die dann weg und es werden immer weniger. Übrigens, hier. Das hatte ich vorhin vergessen zu sagen. Ein weiteres, sehr, sehr cooles Teil. Eine Goldtruhe oder eine Schatztruhe mit Goldmünzen drin. Das fand ich so cool, als ich damals dieses Set bekommen habe mit dieser Schatztruhe. Ich bin ja eigentlich ein riesengroßer Ritterfan. Ich habe auch eine relativ große Rittersammlung. Damals als Kind hatte ich auch schon ein paar Rittersets und war eben auch ein sehr, sehr großer Ritterfan. Und ich habe dann tatsächlich diese Schatztruhe auch gerne mal zu mir in die Burg gestellt. Um da einen schönen Ritterschatz zu haben. Hier ein weiteres Teil, was eben auch damals neu gekommen ist, ist dieser kleine Bottich. Der in diesem Set als Mini-Boat dient. Und zwar diesen Piraten hier, der für mich immer so eine Art Oberpirat war. Also in der Hierarchie auf alle Fälle über ihm. Und ganz oben war der berühmte Captain Rothbard. Ich habe euch übrigens mal einen Katalog von damals mitgebracht. Hier ist übrigens, Moment hier, Captain Rothbard. Der war sozusagen der Oberhäuptling von der ganzen Sippe. Und gleich danach kam, wie gesagt, er hier. Und diese ganz normalen kleinen Piraten waren dann die hier. Und die gab es tatsächlich auch noch mit einem rot gestreiften Hemdchen. Und es gab auch noch ein blaues Tuch. Und es gab sogar eine Piratenfrau. Jetzt muss ich mal gucken, wo ist die Pistole? Pistolen. Das ist ein weiteres Ding, was neu war. Also dieses Set ist wirklich tatsächlich stellvertretend für viele neue Dinge, die es damals bei Lego gab. Also hier nochmal den Säbel und den Revolver. Großartig. So, der Papagei muss noch oben drauf. Und also es ist definitiv ein schönes Spielset. Ich habe damit sehr, sehr gerne gespielt. Und auch sehr, sehr viel gespielt. Deswegen ist die Platte hier unten auch an einigen Stellen so ein bisschen abgekratzt. Das macht mir aber nichts aus. Das Set habe ich tatsächlich auch zweimal. Mehrere dieser Piraten-Sets auch doppelt. Weil ich es einfach cool finde. Diese Box ist übrigens nicht mehr original. Die Box habe ich nachgekauft. Und ja, es musste unbedingt sein. Weil dieses Piraten-Set ist halt tatsächlich mein allererstes Piraten-Set. Und da wollte ich unbedingt die Box haben. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, let's go. zuschlagen, bevor die Preise immer mehr Richtung Mond gehen. Die sogenannten Mondpreise. Kennt jeder von uns. Jetzt muss hier noch ein kleines Fähnchen dran. Ich baue jetzt gerade die Kanone zusammen. Das ist übrigens auch die Kanone, die einen kleinen Federmechanismus hat. Man stoppt im Prinzip oben diese Rundsteine rein. Und kann die dann wegschnippen. Das mache ich jetzt nicht. Ich habe keinen Bock, die zu suchen. Ich glaube, ihr vertraut mir. Wenn ich euch das sage. Dann wird die Kanone hier noch platziert. Und schon ist dieses schöne kleine Set fertig. Und wir haben tatsächlich nur 10 Minuten ungefähr gebraucht. Und schon steht dieses Set mit der Set Nummer 6260. Die kleine Pirateninsel vor uns. Und sagt ihr mal, das ist doch total cool, oder? Hier geht so viel ab. Es ist eine überschaubare Anzahl von Teilen. Ihr habt am Anfang gesehen, dass es nur ganz, ganz wenige Teile eigentlich sind. Und das ist so cool. Und wenn ich das jetzt angucke, bin ich sofort wieder in meiner Kindheit auf dem Teppich und spiele da mit Piraten. Ich hatte euch vorhin ganz kurz den Katalog gezeigt. Diesen Katalog habe ich auch in dem Piraten-Stream gezeigt. Wir können ja ganz kurz mal ein bisschen drin blättern. Ich stelle das Set mal zur Seite, aber so, dass ihr das noch sehen könnt. Und hier seht ihr übrigens, das was ich immer erzähle, Legoland. Damals hieß diese komplette Serie Legoland. Und Legoland bestand aus Raumfahrt, aus Stadt, aus Burg. Und jetzt, 1989, seht ihr ja, als Neuheit kommen die Piraten dazu. So, das ist die komplette Legoland-Serie. Und ihr seht ja auch, da oben dieses Schiff, die Black Sea Sparacuda, die 62,85. Ich schiehe gerade da hoch ins Regal, weil da steht die nämlich. Werde ich auch noch vorstellen. Also es lohnt sich für euch auf alle Fälle, den Abo-Button zu drücken und auch die Glocke zu drücken, weil hier wird noch so viel passieren. Ja, das kam neu dazu. Ich blätter jetzt mal ganz kurz. Ach, Ritter. Yeah. Ich blätter jetzt mal ganz kurz zu den Piraten-Seiten. Es waren tatsächlich im Katalog nur vier Seiten. Also zwei Doppelseiten. Gucken wir uns jetzt mal kurz an. So. Könnt ihr das sehen, ja, ne? Achtung, Seeräuber voraus. Ja. Dort seht ihr auch dieses großartige Gouverneurs-Kastell. Ja, großartiges Set und die Black Sea Sparacuda. Und hier im vorderen Bereich seht ihr einen Gouverneur im Kampf mit Captain Rotbart. Für mich war das immer Captain Hook. Ja, auch wenn das nicht da stand. Und hier ist die zweite Seite. Und, ähm. Ja. Eine Doppelseite. Und hier seht ihr auch das Set 62-60. Und lassen wir mal kurz durchzählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Es gab also eine ersten Welle der Piraten 1989-11-Sets. Ja. Und darunter auch ein Comic, ja, seht ihr da unten über dem Feld mit der Funktion von, äh, von der Kanone, ja, wo die Kanone, die Kanonenfunktion erklärt wird. Ähm. Diesen Comic habe ich hier leider nicht. Aber ich weiß, wer den hat. An dieser Stelle. Grüße an Mr. Blister. Er weiß, wer gemeint ist. Ich muss mir diesen Comic mal angucken. Ich muss mal bei dir vorbeikommen. Ich bin da total Eis drauf. Und, ähm, ja, liebe Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob euch Set 62-60 auch gefällt. Ob ihr das vielleicht auch hattet. Ob ihr auch eigene, äh, Kindheitserinnerungen daran habt. Ob ihr erst später gekauft habt. Ähm. Ja. Schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die natürlich gerne auch in die Kommentare schreiben. Und ansonsten sehen wir uns schon sehr, sehr bald wieder. Ähm. Ähm, und ich wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und zieht euch mal ein Retro-Lego-Set an Land. Also, bis dahin. Bye, bye.